Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema R. RStudio installieren und starten. R läuft in der Regel in der Kommandozeile. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man RStudio, eine grafische Entwicklungsumgebung für R, installieren und starten kann. Des Weiteren gibt es die grafischen Benutzeroberflächen Statistik Labor. RKWART ist als Paket bei der Paketverwaltung von Linux Mint verfügbar. R-Commander und RELAX, um nur mal ein paar zu nennen, wobei R-Commander und RELAX direkt unter R als Pakete angeboten werden. RStudio findet man unter www.rstudio.com und läuft unter Linux, Mac und Windows. Und RStudio wird wie folgt installiert. Man klickt hier auf den Link. Download RStudio. Dann geht man zur Open Source Edition, klickt dort auf Download RStudio Desktop und sucht sich sein richtiges Paket heraus. Das wäre hier zum Beispiel für Linux Mint das Debian Paket. Man klickt drauf, hier, und öffnet dann das Paket mit dem Installationsprogramm. Klickt auf OK und folgt den weiteren Anweisungen. Wenn die Installation dann abgeschlossen ist, findet man R unter Menü, Entwicklung und RStudio. So kann man RStudio schnell starten. Aber Achtung! R muss vorher installiert werden, denn R ist keine Abhängigkeit von RStudio. Wird also nicht automatisch mitinstalliert. RStudio umfasst verschiedene Werkzeuge. Eine Konsole, hier unten, die direkte Ausführung von Quellcode, eine Fehlersuche und so weiter. Hier unten bei der Konsole kann man R-Commandus eingeben. So zum Beispiel auch Demo, Klammer auf, Klammer zu, Enter. Mit Demo werden diverse schon vorhandene Demos aufgelistet. Mittels Demo, Klammer auf, Demo-Name, zum Beispiel hier mal Image, Klammer zu, gibt man den Startschuss für eine Demo. Enter, Enter, Enter und Enter. Das Ergebnis sieht man dann hier. Hilfestellungen gibt es unter Help RStudio Docs. Das war Josef Paul von Doben Screencast. Ciao und viel Glück! Cheers! Untertitelung des ZDF, 2020